Oft ist es erforderlich, eine mit Takten überladene Notenzeile in zwei oder mehrere Notenzeilen aufzusplitten. Hierzu gibt es in Primus eine versteckte Funktion. Schalten Sie zunächst den Auswahlmodus auf Taktblock um. Anschließend wählen Sie die betreffende Notenzeile als Ganzes mit STRG-Klick aus. Mit dem Shortcut SHIFT plus Sternchen, wobei die Sternchentaste des Nummernblocks zu verwenden ist, kann das System nun mehrfach zerteilt werden. Falls nötig kann die Aufteilung der Takte mit SHIFT-Klick auf die Pfeilknöpfe nachjustiert werden. Umgekehrt lassen sich die ausgewählten Notenzeilen mit dem Shortcut SHIFT plus Schrägstrich wieder vereinen. Das ist die Ausgewählten Notenzeilen. Das ist die Ausgewählten Notenzeilen. Das ist die Ausgewählten Notenzeilen mit dem Shortcut SHIFT. D.F.